Ich bin heute in Quant eingestiegen, der Nummer 1 Grund, warum ich momentan noch weiter akkumuliere. Dann thematisieren wir ebenfalls den Quant-Hack, warum ich glaube, dass der genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist, was das überhaupt ist, ob das kritisch ist für unsere Investments und warum ich eben auch glaube, warum das genau jetzt ein Segen für uns ist. Zudem hören wir auch immer mehr den Begriff Altcoin-Season, was ich dazu zu sagen habe. Also wenn dich diese Themen interessieren, lass mir gerne einen Like da, zeig mir gerne den Support. Und da würde ich auch schon mal sagen, wir starten mal direkt rein, warum ich denn in Quant investiert habe, nach dem Disclaimer. Und zwar ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass wir den Markt erstmal verstehen, dass wir wissen, in welchem Umfeld wir uns denn befinden. Und daran dieses Marktsegment ist dann eben entscheidend, okay, ist das denn ein guter Preis oder nicht? Und wir sehen es, der aktuelle Quant-Preis ist gerade bei 120 US-Dollar. Das bringt uns zu einer Marktcap von 1,7 Milliarden US-Dollar. Natürlich je nachdem, wie man das rechnet, bei CoinMarketCap steht es beispielsweise bei 1,4 MarketCap. Und wir haben innerhalb der letzten 30 Tage überhaupt keine gute Performance. Der Chart lässt zu wünschen übrig. Entgegen dem gesamten restlichen Kryptomarkt. Und das finde ich extrem interessant. Der Bitcoin ist gerade auf die 30.000 zugesteuert und hat diese schon überbrückt. Innerhalb von kürzester Zeit hält sich sogar über den 30.000 US-Dollar, war sogar auf 31.000. Wir sehen es ja innerhalb der letzten sieben Tage 10% Kurs plus. Ethereum ist daraufhin ebenfalls angestiegen. Wir haben 2.000 US-Dollar bei Ethereum und 3.000 US-Dollar beim Bitcoin. Auch hier ein 13% Anstieg innerhalb der letzten sieben Tage. Denn das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Erstmal geht das Geld in den Bitcoin. Liquidität am Markt in den Bitcoin. Die Bitcoin-Dominanz, die wir hier oben sehen, nimmt zu. Wenn wir diese Niveaus halten, wird das Geld dann eben in Ethereum gepumpt. Wir sehen es auch schon. 2.100 US-Dollar ist jetzt Ethereum wert. Und danach werden diese Gewinne eben in die Altcoins gepumpt. Und ja, deswegen sowas immer in Relation sehen. Und wir sehen es tatsächlich auch, die Altcoins performen jetzt gut. Wir sehen auch Cardano beispielsweise hier mit 14% Kurs plus innerhalb von einer Woche. Das ist stark. Aber eben auch viele andere Kryptowährungen. Die Kryptowährungen, die gerade im Trend sind, Arbitrum, Tabu-Token und Doge. Also nur Altcoins. Und das ist schon mal sehr, sehr interessant zu sehen. Und das heißt, das Thema Altcoin-Season hat hier eine wirkliche Relevanz. Wir sehen es tatsächlich auch, es trendet bei Twitter, Business und Finance. Und viele gehen jetzt eben doch davon aus, dass die Altcoin-Season beginnt. Beziehungsweise momentan ist ja schon eine kleine Altcoin-Season mit dabei. Denn wie wir das in den letzten Videos auch gesehen haben, nur Bitcoin hat gut performt. Höchstens auch Ethereum. Die Altcoins sind überhaupt nicht mitgezogen. Und jetzt sehen wir hier endlich mal wieder Bewegung. Und dafür sprechen eben noch viele andere Indikatoren. Und dass Quant momentan nicht gut performt, spielt mir nur in die Hände. Genau deswegen habe ich persönlich gesagt, hey, ich investiere jetzt in Quant QNT. Ich finde persönlich, das ist eine unglaublich gute Möglichkeit. Denn wie ihr das auch gesehen habt in meinem letzten Videos. 22 Altcoins bewertet. Diese Kryptowährung kaufe ich, bevor es zu spät ist. Da war Quant auf meinem Rang S. Okay, das heißt auf der höchsten Stufe. Und da liegt es nur nahe, dass ich versuche, diese Anteil jetzt auch voll zu machen. Und da spielte mir auch diese negative News heute in die Hände, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da steht es nämlich auch hier auf Watcher Guru. Bitrue verliert 24,4 Millionen US-Dollar wert in den Kryptowährungen Shiba Inu, Ether und Quant. Diese wurden gehackt. Deswegen gab es auch einen hohen Verkaufsdruck bei Quant. Viele Quant wurden einfach dem Markt hinzugespült. Wenn wir das mal im Chart sehen. Okay, das war jetzt schon bemerkbar von 127 US-Dollar auf ungefähr 113 US-Dollar. Hat sich sehr, sehr schnell wieder gefangen auf 120. Und da sehen wir es. Es hatte nicht mal so viel Auswirkung. Es hat auch generell nichts mit Quant als solches zu tun. Das heißt langfristig hat das überhaupt nichts mit Quant zu tun. Gute Einstiegsgelegenheit hier für mich. Ich habe dir jetzt schon mal die Gründe genannt. Denn ich denke mal, wir wissen es alle, Quant hat einfach für den Bullrun extrem großes Potenzial. Und wegen dieser Message gab es eben auch ein paar Leute, die das versucht haben jetzt auszunutzen. Ja, Quant den Preis zu dumpen, Klicks zu generieren. Meiner Meinung nach, wie gesagt, nicht relevant. Und ihr könnt auf jeden Fall auf das nächste Video schon mal gespannt sein. Wir haben ein unglaublich interessantes Portfolio im Wert von 30.000 Euro. Hiermit versuchen wir einen 500.000 Kredit abzubezahlen bis hin zu 2029 von einem Lehrer das Portfolio. Da könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, um das nicht zu verpassen. Gerne auch die Glocke aktivieren. Denn ich glaube, das wird unglaublich interessant und auch ein wirklich besonderes Portfolio. Ansonsten habe ich dir jetzt hier meine Gründe genannt. Vieles spricht eben für mich dafür, jetzt schon einzukaufen. Denn ich habe das Risiko natürlich auch abgewegt. Eine Glaskugel habe ich nicht. Ich kann nicht sagen, wird Quant in einer Woche günstiger oder teurer sein. Das kann dir kein Mensch sagen. Ich kann aber das Risiko für mich selber abwägen. Das ist eben doch sehr, sehr wichtig, dass du das für dich selber auch entscheidest. Und da habe ich mir gedacht, okay, entweder wenn Quant günstiger kommt, ist es natürlich noch besser, weil ich bin mit den Quantkäufen immer noch nicht ganz fertig. Das heißt, ich kann da nochmal günstiger einkaufen. Aber ich wollte auf gar keinen Fall, dass Quant zu teuer wird, eben doch mit den anderen Altcoins mitzieht und nachzieht. Denn wir wissen, das kann ganz, ganz schnell passieren. Und deswegen habe ich hier eher diese sichere Karte gespielt und gesagt, okay, die letzte Tranche, die ich habe für den April beispielsweise, die letzte reguläre Tranche, außer es passiert irgendwie ein Black Swan Event oder sonst was oder ein extremer Dip, ja, die habe ich jetzt eben in Quant investiert. Ansonsten schreib du mir gerne in die Kommentare, ob du Quant derzeit akkumulierst oder ob du noch etwas wartest, ob du auch darauf spekulierst, dass Quant vielleicht nochmal die 100 US-Dollar erreicht. Ich bin unglaublich gespannt. Und dann würde ich auch schon sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.